Hallo allerseits! Romantisch ist Mr. Größenwahn. Hab immer recht, da ich im Kopf ohnehin bin nicht ganz echt. Lasse keine andere Meinung gelten. Schließlich trennen uns in Puncto Intelligenz keineswegs bloß Kontinente, sondern Welten. Keiner kann mir das Wasser reichen. Wer's trotzdem versucht, der spuckt ganz schnell Blut. Wer mich nicht mag, hat kein Geschmack, soll mir gefälligst gehen aus der Sonne und vor allem aber nicht auf dem Sack. Bei Frauen hab ich ein Stein im Brett, landen früher oder später eh alle bei mir im Bett. Keine bleibt in meiner Nähe lange ruhig. Qualität setzt sich eben immer durch. Stehen bei mir buchstäblich Schlange, wollen alle halten mir die Stange. Bin ja sowas von beliebt und attraktiv. Wer Gegenteiliges behauptet, liegt damit vollkommen schief. Die Natur hat sich sicher etwas dabei gedacht, dass sie so einen Adonis aus mir gemacht. Also hört schon auf, mich deswegen zu beneiden. Müsste mich ansonsten wieder an eurem Unglück weiden. Weiß ja, dass ihr alle gern sein wollt wie ich. Dazu fehlt euch allerdings die Klasse. Begreift ihr das denn nicht? Im Gegensatz zu euch Losern kann ich tun, was ich will. Bewohnen immerhin eine geräumige Gummizelle. Eingerichtet mit sehr viel Pomp und Stil. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit.